Ich fühl mich so einsam in der Kiste. Oh, wow, du meine Güte. Bist du ein Affe? Was machst du denn hier? Du bist ja ganz alleine. Ich nehm dich mit. Also, bitte sehr. Ich hab in diesem schönen Zimmer ein kleines Badezimmer für dich gemacht. Das Kuscheltier nehmen wir raus. Jetzt kannst du hier reingehen. Na mal, sieh, was du da gemacht hast. So weit, so gut. Gefällt mir. Aber ich möchte die Quietsche-Ente mitnehmen. Okay, ich hab nichts dagegen. Schau mal, was ich noch für dich habe. Eine Badebombe. Oh, ist ja schön schaumig. Und jetzt? Was hältst du von diesem Ding hier? Äh, ist das eine Banane? Kann man das essen? Wunderbar. Äh, gibst du mir auch eine richtige Banane? Jetzt sei doch nicht so. Du bist so schön schaumig. Und jetzt machen wir dir noch ein paar Seifenblasen. Äh, wozu soll das denn gut sein? Das macht doch Spaß, oder? Wie auch immer, jetzt kommen wir zur Nagelpflege. Alles schön sanft anspitzen. So. Jetzt lass mich in Ruhe. Ach komm schon, sei nicht so. Du bist bezaubernd. Schau mal, ich hab eine kleine Gesichtsmaske für dich. Ich bin doch keine Puppe, um mich so zu schikanieren. Wieso gefällt dir das alles nicht? Hier, willst du mit dem Schiff spielen? Lass mich in Ruhe! Oh, du willst was zu essen? Einen Moment, bitte. Ich geb dir gleich was. Bitte sehr. Irgendwie schmeckt das gar nicht. Wie auch immer, komm her, ich wisch dich ab. Woten weg! Lass mich los! Puh, du hast ja einen schweren Charakter. Aber dafür bist du jetzt ein sauberes Äffchen. Oh wow, du interessierst dich auch noch für Mode. Alles klar. Ich hab hier ein paar Outfits, die du anprobieren solltest. Hier, das hier zum Beispiel. Ich fühl mich irgendwie fehl am Platz. Ich bin doch kein Koch. Na, ich weiß ja nicht. Steht dir. Gefällt dir nicht? Wie du meinst. Was hältst du denn von diesem Kostüm? Ich bin mir sicher, es wird dir stehen. Ist ja noch schlimmer. Ich fühl mich wie ein Clown. Okay, einverstanden. Steht dir nicht. Ein Overall sollte dir stehen. Hier hast du noch einen Pinsel. Und fertig ist dein Look. Soll ich hier etwa arbeiten? Okay, passt dir auch nicht. Was hältst du denn von diesem Kleid und diesem Hut? Und hier machen wir noch eine Schleife und ziehen dir ein paar Schuhe an. Und hier hast du noch eine Handtasche. Oh, du siehst so hübsch aus. Wie wär's da noch mit dem kleinen Regenschirm? Da gebe ich keine Kommentare zu. Weißt du was? Ich hab's langsam satt. Dir gefällt ja gar nichts. Okay, ein letzter Versuch. Dieses Kleid muss dir stehen. Es ist schön üppig und rot. Die Tasche kannst du auch noch haben. Hier fehlt noch was. Tatsächlich ein Schmuckstück. Bitte sehr, eine Schleife. Und Hut nicht vergessen. Du siehst einfach perfekt aus. Ja, gefällt mir. Na, endlich. Dieser Strauß ist extra für dich. Na, was hat sie jetzt denn noch vor? Ich glaube, es wird Zeit, dir die Haare zu stylen. Boah, es sieht doch krass aus. Hm, aber hier fehlt noch ein Accessoire. Ich glaube, diese Sonnenbrille könnte dir stehen. Probier mal an. Einfach mega cool. Machst du dich über mich lustig? Schon wieder unglücklich. Okay. Ich werde dich mit diesem Kamm ein bisschen kämmen. Was sagst du dazu? Ich sehe aus wie ein Nerd. Gefällt dir nicht? Und wenn wir dir die Haare färben? Jetzt sehe ich wieder aus wie ein Clown. Ja, tut mir leid. Ich habe es ein bisschen übertrieben. Aber das macht nichts. Gib mir noch eine Chance. Diesmal wird dir die Frisur 100%ig gefallen. Das sieht schlimm aus. Ich werde mir noch was überlegen. Tatsächlich. Diese Barbie bringt mich auf eine Idee. Ich mache eine Barbie aus dir. Warte, wir schminken dich und machen dir noch eine Maniküre. Siehst du hübsch aus. Ja, wie eine Puppe. Wie soll ich denn dein Haus einrichten? Ich habe eine Idee. Zuerst werde ich ein Dach bestellen. Wunderbar. Na, jetzt sieht das aus wie ein Haus. Jetzt pflanzen wir ein bisschen Gras. Und bringe ein paar Lianen an der Wand an. Hier stelle ich dein Kinn. Da kommt eine Hübschel drauf. Natürlich darf ein Kissen nicht fehlen. Wir kleben noch ein paar Bilder an die Wand. Und natürlich ein Tablet. Damit du dir ein paar Serien reinziehen kannst. Die magst du auch genauso sehr wie ich, oder? Dein Zimmer ist fertig. Ist das wirklich mein Zimmer? Ich muss zugeben, das gefällt mir. Boah, das freut mich ja. Und das Bett gefällt mir. Und die Tasche auch. Aber am meisten gefällt mir, dass ich mit dem Tablet spielen kann. Das freut mich so sehr, dass es dir gefällt. Hallo zusammen. Wow, habt ihr das gesehen? Das ist unser neues, großartiges Spiel. Lade das Spiel Multi-Do-Sort bei Google Play und Apple Store herunter. Und spielt mit. Ja!